Musik Das Arosa-Scharmützelsee liegt zwar nur 70 Kilometer weg von Berlin, aber wenn Sie hier ankommen, sind Sie gleich mitten im Urlaub. Mitten auf 300 Hektar Fläche haben wir das Hotel, aber auch 63 Golflöcher direkt vor der Türe. Das sind dreieinhalb Golfplätze mit allen Möglichkeiten. Jeder Spieler wird dort das Richtige finden. Musik Wir haben aber auch eine große Segelakademie von Axel Schmidt hier direkt am Hotel, wo 100 Boote liegen, wo sie segeln können, wo sie mit dem Motorboot rausfahren können und auch ihre Scheine machen können. Musik Erholen kann man sich richtig gut im 4200 Quadratmeter Spa. Dort werden Sie rundherum verwöhnt von der Massage, Kosmetik, über Ayurveda-Behandlungen und auch drei Pools, die Ihnen zur Verfügung stehen. Musik Am Abend gibt es leckere Leckereien in drei Restaurants. Jeder findet hier wirklich das, was er braucht, wenn er Urlaub möchte. Die Kinder sind bestens aufgehoben, werden rund um die Uhr betreut, können hier auch Kids-Camps machen in den verschiedenen Sportarten. Oder man erholt sich einfach, fährt mit dem Fahrrad um den See und lässt es sich gut gehen. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017